So, wir sind jetzt hier auf dem Breisberg-Fordermärk. Hat der Trocken. Dort unten muss irgendwo der Perdinandstein sein. Ich bin noch ein bisschen auf hier blustert. So, von da komme ich. Keineswegs. Ob wir jetzt mal nicht fangen können. Also es kommt wirklich immer schon ganz klein. Hier vorne ist die Kreuzung, wo es dann Richtung Klessenburg geht. Da sieht man auch das Schild da. Guck mal, ist das nicht eine traumhafte Umgebung hier? Ich gehe mal noch da hin. Aber ich gehe nicht ganz hoch hier. Das ist mir da nur ein bisschen zu kritisch. Ich bin jetzt so weit hoch gegangen, wie es für mich verträglich ist. Aber trotzdem, da ist keine Umgebung, ja. Und das ist das, was mich so bei Mama immer so... Guck mal, Leine am Trocken. Das ist das Schöne hier. Das ist das Wider-Ursprungnis hier. So ist es so. Ja. So, das ist schön.